Matthias Ebert in Rio de Janeiro. Seit rund zwei Wochen kommt es in Chile zu gewaltsamen Protesten, Ausschreitungen, Plünderungen, Brandstiftungen. Wie ist aktuell die Situation? Wie entwickelt es sich? Also es gibt Proteste von mehreren tausend Menschen, auch gewaltbereite Proteste, die mit Wasserwerfern niedergeschlagen wurden, bis gestern und auch heute in den Tag hinein. Aber es wird etwas weniger, denn heute und morgen und auch am Wochenende sind freie Tage in Chile, heute und morgen Feiertage am Wochenende eben auch frei. Das heißt, man geht davon aus erstmal, dass die Proteste etwas weniger werden im Laufe zum Wochenende hin, aber am Montag wieder aufflammen könnten. Aber so richtig sicher ist das natürlich nicht, weil in den letzten Tagen immer wieder verschiedene Pläne über den Haufen geworfen wurden und viele Proteste und große Proteste dann stattfanden, wo man sie gar nicht erwartet hatte. Also man muss abwarten, ob das Wochenende wirklich ruhig verläuft. Nur hat die Regierung ja durchaus so etwas wie Sozialreformen angekündigt. Hat es bis jetzt noch nicht so viel gefruchtet? Es waren kleinere Reformen, es waren die Anhebung des Mindestlohns und der Mindestrente. Es war für viele Leute ein Tropfen auf den heißen Stein. Was wir immer wieder sehen bei den Protesten, das sind Forderungen nach einer öffentlichen Bildung, nach einer öffentlichen Gesundheit, in die viel mehr investiert wird als bislang. Es sei viel zu wenig, sagen die Demonstranten, was ausgegeben wird dafür. Und so schicken eben viele Eltern ihre Kinder notgedrungen auf teure Privatschulen. Sie müssen an den Universitäten hohe Gebühren zahlen. Und wer zum Arzt will und eine Operation braucht, die nicht wirklich dringend ist, kein Notfall ist, der muss eben Monate warten auf einen Operationstermin. Denn all das sind Dinge, die viele Chilenen nicht mehr hinnehmen möchten, weil sie ja in einer wachsenden, erfolgreichen Wirtschaft leben. Und darüber hinaus fordern auch ganz viele Chilenen den Rücktritt des Präsidenten. Sie sagen, Piñera muss komplett zurücktreten. Es müssen neue Wahlen geben. Und sie sagen auch, dass es eine neue Verfassung geben müsse, also eine verfassungsgebende Versammlung eine neue Verfassung definieren müsse. Sie fordern ganz klar, dass grundlegende Regeln Chiles über Bord geworfen werden müssten. Zum Beispiel die neoliberale Verfassung, die noch existiert seit Zeiten der Pinochet-Diktatur. Darin gibt es einige Punkte, die für viele Menschen schwierig zu ertragen sind. So ist zum Beispiel Wasser im Privatbesitz, also ein Zustand, den viele Menschen ganz klar als ungerecht empfinden, während nämlich Minenbetreiber und auch die Landwirtschaft Wasserrechte gekauft hat und davon profitiert. Für den Export haben viele Kleinbauern und viele Menschen in ländlichen Regionen kaum Wasser. Also all dies sind Punkte, wo die Menschen fundamentale Änderungen wünschen und die sind noch nicht gekommen. Jetzt hat die Regierung acht Kabinettsmitglieder ersetzt durch jüngere Politikerinnen und Politiker. Das war nicht genug? Nein, das war nicht genug aus der Sicht der Demonstranten, zumal Pinera eines nicht getan hat. Er hat gerade nicht die Minister für Bildung und Gesundheit ausgetauscht. Diejenigen, die aus Sicht der Demonstranten am ehesten hätten gehen müssen, weil sie in ihren Bereichen in den vergangenen knapp zwei Jahren nicht genug getan haben. Also da ist auf jeden Fall noch viel Unmut in der Bevölkerung und ich denke, dass das auch nicht so schnell abklingen wird. Was wir hören, ist eher, dass die Menschen langfristig dranbleiben werden, weil sie glauben, jetzt haben wir eine Chance. In Europa und wahrscheinlich auch in der weiteren Welt hat ja vor allem die Absage des Klimagipfels für Schlagzeilen gesorgt. Wie ist das denn im Land aufgenommen worden? Zum einen gibt es dort jetzt einen riesigen Zeltkomplex, der da aufgebaut wurde. Fast alles steht schon. Der ist jetzt nutzlos geworden, steht in der Gegend herum und muss wieder abgebaut werden. Also extreme Kosten, die verursacht wurden, die fanden viele Demonstranten sowieso unnötig und haben das kritisiert. Und gleichzeitig sagen sie jetzt nach der Absage, dass es gut sei, dass sie sagen, jetzt müsse das Land zu sich selbst finden, müsse diskutieren und ganz klare strukturelle Reformen angehen und können nicht noch am Klimagipfel dranhängen und da seine Energien sozusagen verschwenden. Im November war ja auch der APEC-Gipfel, der Gipfel der Pazifik-Anrainerstaaten geplant gewesen. Auch der ist abgesagt. Also viele Einwohner von Santiago finden es sehr gut, dass jetzt Zeit ist und auch die Möglichkeit, hoffentlich, sagen sie, mit der Regierung einen Weg zu finden, ganz klare Reformen anzustoßen und sich nicht ablenken zu lassen von Großereignissen. Auf der anderen Seite sind aber Umweltverbände etwas kritisch eingestellt. Sie sagen, wir hätten den Gipfel gebrauchen können, um auf die Probleme in unserem Land in Chile hinzuweisen, auf die Umweltverstöße, auf verschiedene Dinge, die nicht im Bereich Klima- und Umweltschutz nicht laufen. Und das, sagen sie, sei verpasst worden, diese Chance, jetzt dieses Aufmerksamkeitspotenzial des Klimagipfels zu nutzen, um ein Augenmerk zu legen auf die Probleme in Chile. Matthias Ebert, vielen Dank nach Rio de Janeiro.